Hallo zusammen, Gameduells Guardmasters. Es ist inzwischen das zehnte Qualifikationsturnier, bei dem ich wieder dabei bin. In den letzten Wochen habe ich teilweise frustriert nicht mal die Listen zu Ende gespielt. Das habe ich mir diesmal vorgenommen, auf jeden Fall bis zum Ende durchzuhalten. Komme da, was es wolle, vielleicht das Risiko ein bisschen zurückzunehmen, aber du darfst natürlich nicht mit einer passiven Einstellung an die Geschichte rangehen. Du musst schon Vollgas geben. Trotz alledem wäre es ja schön, wenn ich hier mit einem guten Gefühl die ersten Päckchen überstehe. Erstes Blatt hier in Vorhand. Natürlich reize ich es drei Buben mit den beiden Alten und einem Ass an der Seite. Das ist keine Frage. Ich komme auch für 0 ran. Und mit dem Kreuzass liegt jetzt gar nicht mal schlecht. Das ist natürlich eine Verstärkung. Allerdings Pik-Dame passt jetzt nicht so gut. Ein weiterer Kreuz oder ein weiterer Karo wäre natürlich netter gewesen. So ist es seriös wohl tatsächlich nur ein Karo-Spiel. Aber hier teste ich quasi meine eigenen Worte gleich ganz am Anfang mal und riskiere den Gang. Der ist natürlich in dem Moment extrem schwer, wenn Karo zu dritt steht, also wenn Karo 2-2 steht, dann bekommen die Gegner vier Stiche. Dann wird es auch eine enge Kiste, könnte aber knapp reichen. Wenn Karo zu dritt dagegen steht, wird es natürlich schnell unangenehm. Und auch mit der Drückung Herz, Zehn und Dame kann richtig sein, kann aber auch natürlich komplett verkehrt sein. Dann muss gegebenenfalls das Schnippeln mit dem Kreuzkönig funktionieren oder das Herz-Ast gestochen werden. Also schauen wir mal. Ich habe es jedenfalls jetzt getan. Ich habe es riskiert. Und dieser Stich in Karo sieht natürlich nicht gut aus. Auch wenn es nur vier Augen sind, ist das klar, dass die Karo 10 noch bestellt steht. Beispiel A1, also hinter mir. Und gut, das ist immerhin mal schon mal ein deutlicher Hinweis. Und das ist natürlich schon mal gut. Ich bekomme hier das Herz-Ast zu stechen. Ja, jetzt mit Pik raus und dann noch hoffen, dass ich ein Vollen noch abbekomme. Das sollte eigentlich dann lang. Und deswegen steche ich hier den Herzkönig nicht. Das wäre natürlich auch eine Variante. Herzkönig stechen und dann mit Pik Dame wieder vom Stich gehen. Spieler 1 wäre rangekommen und muss dann irgendwo mit Kreuz oder Karo selber antanzen. Nun war natürlich aber noch gar nicht unbedingt klar, dass hinten schon kein Herz mehr hat. Also hier der Abwurf auch eine Variante. Und vor allen Dingen glaube ich, wo Spieler 2 das Herz-Ast so schnell auf den Tisch gepackt hat, dass er noch einen weiteren Vollen hat. Das bedeutet Kreuz 10, bin ich mir ziemlich sicher, dass die bei Spieler 2 steht. Und darauf spiele ich jetzt auch, behalte jetzt hier natürlich den Kreuzkönig in der Hand. Wenn ich den eben abschmeiße, dann kann er mich jetzt in Kreuz einspielen und auf die Karo 10, die Kreuz 10 legen. So muss er hier weiter in den kleinen Karten rumrühren. Und jetzt kommt der Moment. Kreuz 10 hinten oder nicht? Nein, ich habe Glück. Es ist, wie ich es mir vorgestellt habe, Kreuz 10 ist der entscheidende Volle, der noch bei Spieler 2 sitzt. Den angel ich mir jetzt hier und habe es also, obwohl Karo zu dritt stand, ganz knapp gewonnen mit 64. Das Spiel, hu, das ist schon so ein erster Schreckmoment, aber natürlich selbst gewählt. Wenn du ins Risiko gehst, dann musst du logischerweise kämpfen, dass das Spiel knapp ausgeht. Das stand von Anfang an fest. So, zweites Spiel. Ich kann nachlegen. Sechs Trumpfkreuz, Pik Ass an der Seite. Ja, ist natürlich auch noch verbesserungswürdig auf jeden Fall, aber dazu kommt es gar nicht, denn für 36 werde ich hier noch nicht Besitzer. Der Karo sollte natürlich ohne 3 sein aufgrund der Reizung. Die Kreuz 10 sehr wahrscheinlich blank von meinem Partner. Ja, man kann hier natürlich auch übernehmen, sage ich mal, und dann Kreuz fortsetzen, aber ich wollte an sich, dass mein Partner erst mal was weiterbringen kann und dachte, Kreuz, das rennt mir nicht weg, und jetzt ist es so ein schlechtes Spiel. Guckt es euch mal an. Herz hat er auch noch mit. Den zweiten muss er stechen. Das heißt, er hatte kein Kreuz. Er hatte nur ein Herz. Die Karte ist also auch verraten. Er hat noch Pik in der Flosse. Und eine kleine Geschichte ist mir eben schon aufgefallen. Mein Partner hat schon Kreuz Bube genommen. Also entweder er wollte mich blöffen, oder er hat, und da sehen wir es, er hat tatsächlich den Pik Buben nicht. Dann hat der Spieler garantiert den Pik Buben im Skat gefunden, denn das Spiel ist natürlich überreizt. Karo ohne 1 bei 36 ist natürlich völlig chancenlos. Das wundert mich ein bisschen, dass er es hier nicht wenigstens dann versucht hat mit einem Gerang, denn der Karo hatte natürlich überhaupt keine Chance. Ja, wie gesagt, Pik Bube gefunden. Wie vermutet, 40 für mich. Da werde ich mich natürlich nicht beschweren. Ja, das ist nun eigentlich nichts. Ich werde mal 18 noch aus dem Sumpfel rühren, aber natürlich werden die gehalten, und ein weiteres Gebot habe ich auf keinen Fall. Das wäre so ein Blatt. Wenn du für 18 rankommst, Bube Ast findest, dann ist alles gut, aber ansonsten musst du natürlich den Schnabel halten. Herz wird gespielt. Immerhin 4 dagegen, aber keinen vollen, deswegen gehe ich da rauf. Mein Partner hat allerdings keinen Trumpfvollen. Und damit ist es nach diesem Stich schon ziemlich klar, dass der Alleinspieler hier ein leichtes Spiel hat. Die Trumpfvollen gehen nach Hause. Pik hat er schon erst mit dem Bild gestochen. Also das wäre jetzt eher überraschend, wenn wir das Spiel noch schlagen können. Auf jeden Fall, hier spielt er noch mal von unten, und deswegen schnippel ich jetzt hier mit der 9. Habe schon spekuliert, dass mein Partner noch den Pik Buben hat, dann kann ich mit dem König die Trumpfdame erobern. Das war jetzt hier die Idee. Und ob das nachher gelingt, das wird sich zeigen. Erstmal kommt Pik zurück. Gut, Abwurf Kreuz. Heißt, der Spieler hat wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Karo in der Hand. Jetzt wirft er noch mal Kreuz ab, und sagt, okay, jetzt denke ich mal und hoffe ich mal, dass ich nicht einen Tick zu spät bin. Das sehe ich jetzt natürlich ungern, dass mein Partner jetzt das Kreuzass rauflegt. Da hätte er doch jetzt nach zweimal Kreuzabwurf auch ein bisschen kleiner steigen können. Andererseits, vielleicht kam eine Kreuzlusche auch zu spät. Das Kreuzass war jetzt wohl sowieso hinüber. Aber auch noch interessant, der Alleinspieler hat die Trumpf 10 rausgenommen. Das war der höchste Trumpf. Das hat er vielleicht übersehen, und damit werde ich natürlich jetzt die Trumpfdame ganz sicher bekommen. Jetzt habe ich schon Rest. Ich denke mal, das kann eigentlich nur passiert sein, weil er schon genug hat, dass er sich nach Hause gestochen hat. Nee, er hat die Karo 10 noch oben verliert, jetzt mit 57. Also das wäre natürlich nicht nötig gewesen. Da hat er den Trumpfkönig verpasst, und das bedeutet noch mal glücklich eingefahrene 40 Punkte für mich, und damit ein schönes Päckchen mit 202 Punkten. So darf es natürlich weitergehen. Na ja, in Hinterhand. Für 8 sind nicht reingekommen. Gut, bis 22 werde ich gehen. Aber als Handspiel ist es doch zu dünn, mit nur einem einzigen Vollen in der Flosse. Also schauen wir mal, was Spiele 1 zustande bringt. Er bringt einen Gang zustande, na ja. Den muss er ja wahrscheinlich nicht spielen. Den spielt er freiwillig. Wobei mich jetzt schon wundert, dass er nicht keinen Buben zieht. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass er gar keinen hat. Aber hier mein Partner sticht auch nicht. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Wollte er jetzt nicht stechen, mein Partner, weil er die blanke Piglusche abträgt. Oder hat der Alleinspiel doch zwei Buben und zieht nicht? Das wäre so oder so ungewöhnlich. Auf jeden Fall, mein Karo König wird wohl jetzt einen Stich machen. Ja, und jetzt kommt Kreuz 7. Also das ist natürlich eine Karte, die ich nicht gerne sehe und wo ich auch keine gute pfiffige Lösung habe. Abwurf, dann hätte der Alleinspiel auch rausgenommen. Ich steche jetzt hier rein, in der Hoffnung, dass mein Partner doch noch einen Buben hat. Oder sogar beide. Aber jetzt kommt Pig 10. Das heißt, die Piglusche war auch nicht blank. Alleinspiel hat den Kreuz Buben. Zieht jetzt von oben. Ja, und Kreuz hat mein Partner. Das Ass ist aber nicht ausgespielt. Also das lief jetzt hinten raus ganz komisch. Aber der ganze Vortrag war natürlich auch so, dass er uns irgendwo ein bisschen im Unklaren gelassen hat. Findungen, Karo Ass und 10 auch. Super übrigens. Also ich hätte auch ein schönes Spiel rausbekommen. Ja, nun haben wir aber 33 gekriegt und damit sicher eher an der unteren Bandbreite unserer Möglichkeiten gekratzt. Gut, längst Geschichte. Schauen wir, was das nächste Spiel bringt. Und ich komme für 18 ran. Und ich finde den Karo Buben. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, es ist ein solider Kreuz. Ich mache ihn jetzt als krank. Das zweite Mal, dass ich hier ins Risiko gehe. In dem Moment, wo die Kreuz 10 zu dritt sitzt, wird dieser krank so viel Chancen haben wie ein Schneeball im Ofen. Das ist also ungefähr eine 20% Verlustchance, die ich jetzt hier aber eingehe, weil mir eben die Erfahrung sagt, auf Dauer, wenn du so eine richtig hohe Liste spielen willst, dann musst du eben auch die Spielpunkte mitnehmen, sofern es geht. Das heißt, die 24-Punkte-Unterschied, die sind hier schon wichtig. Ich könnte jetzt sogar ganz frivol auf Schneider hoffen und Kreuz Ass von oben ziehen auf eine blanke 10. Das ist dann aber doch zu gewagt. Der Kreuz-Unterzug ist jetzt hier die solide Fortsetzung. Dann werden die Gegner und es sitzt glatt. Hoffentlich nur ihre 4 Stiche machen und 2 über 50 kriegen, aber eben das Spiel nicht gewinnen. Ich muss jetzt über die Dörfer, denn es fehlt noch der letzte Bube. Und damit bin ich jetzt natürlich im Ziel, zumindest hier mit diesem Stich, den ich auch noch einfahre. Und habe mit 65 Augen diesen Grain gewonnen. Ah, Vorhand, ein Ansatz. Kannst du machen, musst du nicht machen. Ohne 3, 5 Trumpf, 1 Ass erst dabei. Aber gut, den Kreuz werde ich auf jeden Fall ein bisschen reizen hier. Jetzt wird es eigentlich interessant. 24. Willst du die jetzt auch noch nehmen? Aber gut, ich habe mich jetzt entschlossen, das Ding wenigstens so bis Mitte 30 zu reizen. Eine gute Karte im Skat, der 6. Trumpf oder noch ein Ass dazu, eine Verstärkung in der Beikarte, und ich bekomme das Spiel auf 33. So, 3, 2, 1, höp! Jawohl, da ist doch das Herz Ass. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist die eine Verstärkungskarte, auf die ich gehofft habe. Nun kann ich 13 Augen drücken und habe einen Kreuz, der gar nicht mal so schlecht aussieht. Dem gebe ich also auf jeden Fall auch eine Siegchance um die 75% aufwärts. Ja, und das ist doch ein Gedicht. Spieler 2 hat hier offenbar unter seinem Karo Ass zu dritt gespielt. So schnell wie die Karo 8 von Spieler 1 kam, war die blank. Das ist natürlich glücklich für mich. Mache ich mit der Lusche den Stich, komme wieder ans Spiel. Jetzt spiele ich einen Buben raus, damit Spieler 1 rankommt und nicht direkt Karo hinterher kommen kann. Und Trumpf steht bisher auch noch rund. Jetzt kommt Herz. Ja, das erlaube ich mir. Ich denke, das kann ich mir erlauben, hier sogar einmal zu schnippeln. Und das war natürlich absolut richtig. Ich kriege hier sogar die 10 noch raus. Herzstand 2, 2. Wunderbar. Allerdings Trumpf jetzt doch nicht so rund. 4, Trumpf, Beispiele 2. Und da muss man natürlich im Nachhinein sagen, wenn der jetzt im zweiten Stich nicht die Karo 7 anfasst, sondern Karo König wenigstens oder gar Karo Ass, dann verliere ich das Spiel natürlich. Dann fallen die beiden Karoluschen und im nachgespielten Karo kann hinten der blanke Kreuzbube überstechen, ausgerechnet der Zweitrümpfer. Das wäre mir nicht gut bekommen. Also Glück gehabt, richtig Glück gehabt. Das ist natürlich das, was du beim Skatern ab und zu auch mal brauchst. Deswegen ist es mit verdeckten Karten leichter zu spielen als mit offenen Karten, dann hätte ich das Spiel nicht lösen können. Also 196 nachgelegt, 202 im ersten Päckchen, also schon knapp 400 nach zwei Blöcken. So darf es natürlich weitergehen, so muss es auch weitergehen, wenn man hier vorne landen will. Also bisher sieht es ja mal ausnahmsweise ganz geschmeidig aus hier. Und dann bin ich natürlich auch ganz entspannt und kann so eine Karte, die gar nichts werden kann, auch lässig mit einem guten Gefühl einpassen. Da kommen dann wieder bessere Chancen. Peak wird gespielt bei 18. Naja. Das wäre jetzt eher überraschend, wenn wir da was anknabbern könnten. Hier muss ich noch nicht mit dem Herzbuben ran. Herz kann mein Partner auch so weiterspielen, da komme ich mit der 10 ran. Genauso passiert es auch. So und jetzt wollen wir mal schauen. Ich versuche mal erstmal eine Farbe hinten zu öffnen, die 10 frei zu spielen. Das hat auch geklappt und gar nicht schlecht. Herz, der siebte Herz kommt zurück. Ich kann meine Kreuz-Lusche abwerfen. Wenn es jetzt also tatsächlich nur ein 5-Trümpfer ist und mein Partner noch den alten hat, dann wird der Spieler hier gegebenenfalls zu kurz kommen. Also wenn er jetzt nicht Trumpf weiterspielt, sondern über die Dörfer geht, aber er hat den alten selber und er zieht den Trumpf und sie fallen 1-1, dann komme ich natürlich an das Kreuzass nicht ran und ein Kreuzstich ist jetzt auch nicht mehr draußen. Das war noch tatsächlich so eine kleine Idee, dass ich mit der Dusche Kreuzass stechen kann, aber so ist es nicht gekommen. Das hat der Spieler locker abgeblockt. Ja, das sieht doch wieder wie ein Spiel aus. In Vorhand kann ein Kreuz werden, kann ein Karo werden, vielleicht sogar ein Krang. Bei 20er Reizung wird es natürlich mit dem Karo schon schwer, aber da entscheide ich mich, das muss dann auch als Kreuz gehen. Es nützt ja nichts. Oder vielleicht der Karohand. Ja, jetzt habe ich die Entscheidung bei 22. Beides ist möglich. Auf eine gute Findung hoffen, vielleicht sogar zum Krang oder den 6. Trumpf im Kreuz in der Art. Oder eben den Karohand. Aber der Karohand hat natürlich auch noch, ja, seine kleinen Problemzonen, sage ich mal. Mit Herzasskönig, mit Kreuzassdame 7 und ohne das Trumpfass. Also ich habe mich jetzt nach einer kleinen Bedenksekunde dafür entschlossen, reinzuschauen, finde Karodame 9 und das ist jetzt natürlich nicht so glücklich. Da wäre der Karohand mir wahrscheinlich leichter, ja, aus der Hand gegangen. Jetzt muss ich den Kreuz spielen und ja, da bin ich mit 5 Trumpfen und nur einem Ass dabei natürlich schon potenziell ein wenig Trumpf kurz. Deswegen habe ich auch kurz überlegt, ob ich hier den Herzkönig sogar im Blatt halte. Das ist ja gleichermaßen Chance und Risiko. Wenn ich schnippel und hinter mir fällt, wird die 10 rausgenommen, sind die 14 Augen weg. Wenn von hinten ein Herz aufgemacht wird, kann ich vielleicht mit dem König erfolgreich schnippeln. War mir dann aber doch zu heiß, den König. Ich denke, mit 14 Augen im Keller bin ich so auch gut dabei. Der Siegplan ist jetzt irgendwo im Herz was volles stechen, piekvolles stechen, vielleicht sitzt Cover auch 1-1, wird mir hochgespielt. Das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. So, hier habe ich zumindest jetzt gar nicht die Qual der Wahl, ob ich schnippeln soll oder nicht, bzw. wenn ich den König gehalten hätte, hätte ich mich ja hier verpflichtet, wenn man so will, zu schnippeln und kann jetzt also Trumpf fortsetzen. So, Trümpfe fallen gut, Herz 10 stand hinter mir, also sicher eine gute Idee, den König gedrückt zu haben. Jetzt kann ich den vollen stechen, es fehlen nur noch die beiden Trumpf luschen und das deutet darauf hin, wie die Trümpfe so bisher gefallen sind, dass die auch verteilt sind. Das wäre natürlich wichtig, weil dann alle Trumpf raus sind und es gelingt, es gelingt. Damit gibt es nur noch einen Stich in Karo, denn die Karo 10 ist gedrückt. Auch die stehen 1-1, also die Verteilung war ausgesprochen wohlwollend. Das Spiel sah erst ein bisschen kritisch aus, hat sich aber erwiesen, dass das gar nicht der Fall war. Es hat sich ganz einfach hingespielt und damit ein 24-Punkte-Spiel für mich. Heike, 4 Volle, aber bei nur 2 Assen dann doch vielleicht ein wenig zu frivol, gerade wo ich bisher schon sehr gut gestartet bin, sollte ich hier vielleicht mal die Füße stillhalten. Und 2 Reizungen, nee, dann bitte Spieler 1, trage du einmal vor. Und der tauft Karo bei der 23er Reizung. Uh, aber scheinbar ohne 2. Ich lege hier das Trumpf erst mal lieber gleich rein, nicht, dass es aus Versehen mit einem Unglück noch im zweiten Trumpfstich zum Alleinspieler geht. Und mein Partner spielt Pik aus, vielleicht blank, da ziehe ich natürlich sofort die 10 hinterher. 15, 26, 49, oh, das sieht ja ganz gut aus. 49 Augen, mein Partner sollte noch den Kreuzbuben in der Hand haben. Wenn er jetzt aufpasst und das tut er, er taucht hier noch einmal den Stich, dann kann ich natürlich auch ganz leicht hier die Kreuz 10 nach Hause bringen. Wir machen sogar noch 2 Trumpfstiche, wunderbar. Wir sind schon über 60, kriegen hier noch den nächsten Stich. Also das Spiel war nicht gut. Und damit gibt es für mich leicht verdiente 40 Punkte. Die sind natürlich auch wichtig in diesem Modus, denn damit komme ich hier trotz nur eines kleinen Spieles auf über 100 Punkte in dem Päckchen. Ja, und gucken wir uns dann jetzt mal den Zwischenstand an. Nach 3 Päckchen 512 Punkte, also gut gestartet. Wir sehen aber auch, vielleicht können wir uns hier nach 3 Päckchen schon mal einen Blick auf die Konkurrenz erlauben. Der Turnierführende hat schon über 2.000 Punkte und danach auch 1.974, 1.964. Es sind schon hohe Punkte unterwegs. Das heißt, ein Päckchen, was so gut lief wie dieses, oder 3 besser gesagt, die brauche ich jetzt noch dreimal. Also das war jetzt erst das erste Viertel. Trotzdem immerhin bessere Laune als in den letzten Wochen. Das lief bisher ganz geschmeidig. Dann denke ich, habe ich einen guten Aufsatzpunkt, um hier beim nächsten Video anzuknüpfen. Und dann schauen wir mal, ob es so flüssig weiterläuft. Tanzen. Das ist Tryingowski. Das war ich. Beniviゃ. igressen. Vielen Dank.